Hallo und willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Ich bin Laura und ich bin André. Wir sind seit mittlerweile sechs Monaten in unserem selbst ausgebauten Bus Oskar in Europa unterwegs. Im Juni 2018 haben wir all unseren Mut zusammengenommen und den ehemaligen Wagen des Deutschen Roten Kreuz gekauft. Von da an stand Oskar neun Monate lang im Vorgarten von Andrés Eltern und hat uns nicht nur viel beigebracht, sondern auch einige Nerven gekostet. Unsere Wochenenden bestanden auf einmal aus handwerklicher Arbeit und mehr als einmal haben wir uns danach noch eins zum Ausruhen gewünscht. Doch die ganze Arbeit war es wert, denn wir hatten unser Ziel immer vor Augen. Jobs kündigen, Wohnungen kündigen und bloß. Europa entdecken, unseren Horizont erweitern, Menschen kennenlernen. Nach mittlerweile sechs Monaten unterwegs gibt es nichts, das wir bereuen. Unsere Reise ist voll von unbezahlbaren Erlebnissen, die wir hier auf diesem Kanal mit euch teilen. Seid dabei auf unserer Reise durch diese wunderschöne Welt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017